Ja, wir sind heute in Werl. Wir haben hier im Baugebiet zur Beke ein letztes Grundstück gefunden. Es ist eine platte Wiese, da kann man direkt drauf bauen. Keine großen Erdarbeiten erforderlich. Und wie ihr seht, sind schon einige neue Häuser entstanden. Hier im linken Bereich haben wir eine etwas ältere Bebauung, auch zweieinhalbgeschossig. Und ansonsten ist es hier relativ ruhig. Ich mache mal einen Rundumblick mit euch. Da sieht man auch viele schöne Häuschen, eine Wiese. Ja, ansonsten schön abgeschottet und trotzdem ziemlich stadtnah. Und da wollen wir schauen, was man hier so hinbauen kann. Ob nur ein normales Haus, ein Einfamilienhaus oder vielleicht auch zwei Doppelhaushälften, würde sicherlich vom Platz her auch passen. Also sind ungefähr 550 bis vielleicht knapp 600 Quadratmeter. Alles weitere Volkan in der Textbeschreibung. Bis dann. Ciao.